Marc Wieser 0-6 nach Punkten gegen einen direkten Konkurrenten und ein 3-11-Golverhältnis, was ist euer Fazit? Ja, ich habe das Gefühl, wir waren gewisse Zeiten ebenbürdig, aber wir sind dumm reingelaufen. Sie haben es eiskalt ausgenutzt und wir haben so einen Krampf, bis wir endlich mal eine Goalschance oder überhaupt ein Goal haben. Und das Gefühl, der Gegner hat es viel zu einfach zum Goalschiessen. Die sechste Niederlage eine Folge, die Spirale dreht sich jetzt natürlich immer weiter. Wie tut man sich in der Garderobe auch positiv halten? Ja, momentan ist es schwierig, alle sind im Loch, aber da muss man hinterbüchen. Ich meine, das kann nicht so weitergehen und wir dürfen auf keinen Fall das zur Gewohnheit machen, weil das wäre ein Desaster. Ja, und weil die Lage ist jetzt schon prekär, das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Nein, wir haben nicht. Ich meine, jetzt müssen wir unsere Defensivarbe komplett überarbeiten. Ich habe das Gefühl, so kann es weitergehen. Wir spielen eben gewisse Zeiten gut, aber irgendetwas macht man falsch und das müssen wir anschauen. Ja. Ja. Ja.